So ihr Lieben, herzlich willkommen jetzt endlich mal zu diesem Video. Ich fasse das einfach nicht. Ich weiß nicht warum, ich soll dieses Video nicht machen. Ich soll es nicht machen. Ich habe es gestern Abend aufgenommen. 20 Minuten, habe danach gesehen, ich habe es nicht aufgenommen. Aus Versehen, ich habe den Knopf nicht gedrückt, was auch immer, keine Ahnung. So, jetzt habe ich es eben nochmal aufgenommen. Ich weiß es schon gar nicht mehr, ich weiß es schon gar nicht mehr, weil es war jetzt so oft... Ach genau, so ich habe vorhin angefangen, habe 8 Minuten aufgenommen, das Video. Dann geht mein Laptop aus. Das ist jetzt kein Spaß. Ich habe vorhin das Video 8 Minuten aufgenommen. Mein relativ neuer Laptop geht einfach aus. So, passt auf. Gestern 20 Minuten, verkackt. Heute 8 Minuten, Laptop geht aus. Ich habe das Video jetzt gleich eben dann nochmal aufgenommen. Es hat kein Spaß. Ich habe schon das Video auf hochladen geklickt. Habe dann nochmal angemacht und gedacht, hoffentlich funktioniert alles. Kein Ton. Kein Ton. Ihr kennt es, ich habe schon manchmal ein Video, weil bei OBS da die ganzen Einstellungen und so weiter. Ich habe schon manchmal vielleicht ein Video hochgeladen ohne Ton, wo ich es nicht nochmal kontrolliert habe aus Versehen. Ja, jetzt mache ich das natürlich immer. Ich klicke das Video nochmal an, öffne das nochmal und gucke, ob der Ton da ist. Ich habe das Video jetzt also zum dritten Mal aufgenommen, vollständig, ungefähr wieder 20 Minuten, kein Ton. Ich soll dieses Video nicht machen. Ich habe mich wirklich schon gefragt, was dahinter steckt. Gott will mir irgendwas sagen. Ich soll das Video nicht aufnehmen. Ich werde im Video beleidigend. Mein YouTube-Kanal wird gesperrt. Ich werde angezeigt. Ich komme im Knast. Ich werde umgebracht. Keine Ahnung. Ne, ist nur Spaß. Aber ich soll dieses Video nicht machen. Jetzt, also hier, ich sehe dieses Pendel vom Ton. Der Ton ist an. Ich hoffe, es funktioniert alles, weil ich wollte euch doch nur was Lustiges zeigen, worüber ich lachen muss. Also, ich war auf Arbeit. Wenn ich Zeit habe auf Arbeit, gucke ich gerne mal so ein bisschen die aktuellen Nachrichten, was auf der Welt passiert durch. Und ich musste an diesem Tag wirklich zweimal lachen. Und diese zwei Sachen, die werde ich euch jetzt zeigen. Ja, worum geht es? Den Eurovision Song Contest. Wenn ihr davon keine Ahnung habt, ist es gar nicht schlimm. Es ist einfach nur ein Witz. Deutschland hat die letzten Jahre, letzten acht Jahre verkackt. War immer auf dem letzten Platz oder auf dem vorletzten. Aber ich glaube, sieben von acht Mal waren wir auf dem allerletzten Platz. Aber wir werden noch sehen, warum und wieso. Und das ist sehr lustig alles. Wir gucken kurz rein. Welt. Nicht einmal die Deutschen lieben Deutschland, heißt der Artikel. Ja, das ist eigentlich auch kein Wunder. Die Deutschen lieben Deutschland nicht. Das ist ja schon seit Jahrzehnten so uns eingetrichtert worden. Indoktriniert worden. Die Deutschen lieben auf jeden Fall nicht Deutschland. Naja. Wer tritt also, wer das nicht weiß, dieser Eurovision Song Contest sagt ja schon Eurovision. Alle Euro-Länder treten das also an, schicken irgendeine Band oder Musiker oder was ins Spiel und der soll dann für sein Landort auftreten. Und natürlich eigentlich den Sieg holen. Ja. Man sieht, das hier ist die deutsche Truppe. Hier nochmal ein paar andere Bilder. Und zwar ist mir das eben erst tatsächlich beim dritten Mal Videoaufnehmen aufgefallen. Ich wollte euch das hier einfach mal zeigen. Also das ist, am Anfang dachte ich nur, das ist ja eine total tolle repräsentative Band. Typisch Deutschland. Ja, natürlich. Und ich dachte am Anfang, es geht nur um LGBT plus, Q minus geteilt durch mal. Weil das sind halt auch alles hier so eine Leute, ne. Die sind alle LGBT plus und queer und minus und oben, unten und so weiter. Dann fiel mir aber irgendwann auf. Und zwar bei diesem Bild. Warte mal, seht ihr das? Äh, ja. Und zwar bei diesem Bild fiel mir noch auf. Aha. Okay, das finde ich ja sehr interessant. Guckt euch mal die Augen an. Hier so rot und schwarze Augen. Und dann hier das umgedrehte Kreuz. Hier unten, das könnte noch für Blut stehen und so weiter. Das fiel mir erst beim letzten Video, beim dritten Mal Videoaufnehmen auf. Und dann habe ich noch weiter gescrollt. Und dann fiel mir das hier noch auf. Hier, guckt euch mal das an. Diese ganze Gurkentruppe auf diesen Untergrund hier mit dem, mit den okkulten Symbolen. Und, ähm, dann noch zum Beispiel dieses Foto hier. Und diese schwarzen Augen, diese komplett schwarzen Augen. Das steht ja tatsächlich was. Was? Das steht ja tatsächlich so für dämonisch, ne. Schwarze Augen. Ähm. Nein. Das ist kaputt. Jetzt muss ich ja wirklich lachen. Ich zeige euch noch die witzigen Sachen aus den Artikeln, warum ich da auf Arbeit lachen musste. Aber jetzt sehe ich, dass Lord of the Lost, die Dämonenvertreter und Okkultisten und Magier, hier guckt mal, mit dem umgedrehten Kreuz und den schwarzen Augen, dass die also König Charles die Hand gedrückt haben. Es ist einfach geil. Alter, ich bin ja ein Journalist ohnegleichen. Entschuldigung, aber ich muss mal kurz Selbstliebe über mich selbst ausschütten für meinen Journalismus, den ich hier betreibe. Das ist ja unfassbar. Aber guckt euch mal an, überall ist das umgedrehte Kreuz. Wobei, äh, mir ist es völlig egal, weil ich wollte eigentlich sowieso irgendwann noch ein Video machen. Äh, ich bin ein super guter und treuer Christ, der auf die Bibel pisst. Das werde ich dann im Video natürlich noch erklären, weil, äh, ja, ein echter Christ zu sein, bedeutet natürlich nicht, irgendwie in die Kirche zu gehen. Und, äh, gut, jetzt muss ich das Video eigentlich nicht mehr machen, weil, alles, was ich im Video, ich wollte natürlich dann noch mehr sagen, aber, äh, die ganzen Mächtigen auf der Welt, die schwören ja alle auf die Bibel. Ja, und wir können ja sehen, was die Mächtigen auf der Welt machen. Ja, lohnt es sich also, oder ist es gut, auf die Bibel zu schwören? Ist die Bibel also das Buch Gottes? Ich würde sagen, nein. Gut, auf jeden Fall habe ich hier also jetzt noch, äh, nebenbei so tatsächlich, ey, das ist unglaublich beim dritten Mal. Entschuldigung, aber ich, ich wundere mich gerade wirklich selber, dass mir das vorher nicht aufgefallen ist. Und jetzt beim dritten Mal Video aufnehmen, da fällt mir das erst auf, dass das hier also ne, dass die viel mit Magie und Okkultismus am Hut haben, diese Typen hier. Ja, das fällt mir jetzt erst auf, das ist ja unfassbar. Guckt mal an, guckt mal einer an, wirklich. Und dann schildern die auch noch mit ihren okkulten Symbolen König, äh, Schatz, den, die Hand, das ist einfach, also ich bin wirklich fasziniert gerade, muss ich sagen. So, wir gucken jetzt mal rein. Hier ist der erste Artikel, ähm, tut mir leid, aber jetzt bin ich ein bisschen, ein bisschen durch. Jetzt muss ich nochmal gucken, okay, der Ton ist an vom Video. Ey, wie gesagt, das ist jetzt der vierte Versuch. Ich glaube, ich habe jetzt über eine Stunde lang insgesamt schon dieses Video aufgenommen und es hat immer nicht funktioniert. Deswegen, tut mir leid, entschuldigt meine, so, jetzt funktioniert alles. Also, mir fällt übrigens auf, hier, Bezahlschranke, super, also, ich habe eine Nachzahlung von der GZ bekommen, ich soll 750 Euro nachbezahlen für zweieinhalb Jahre. Finde ich total in Ordnung, also, für Qualitätsmedien wie Welt zum Beispiel, muss man dann nochmal bezahlen. Also, man bezahlt GZ ohne Ende, extrem viel, damit die Schlesinger auf private Kosten, unsere Kosten Urlaub machen kann, ja, und, äh, dafür muss man aber Qualitätsmedien wie Welt nochmal bezahlen, mit einem Abo. Finde ich total in Ordnung. Also, Qualitätsmedien kosten auch einfach Geld, ja, ist einfach so. Wir lesen mal kurz rein. Die ESC-Finalisten hüllten sich in ihre Landesflagge, mit einer Ausnahme. Der deutsche Teilnehmer, Lord of the Lost, jubelte nicht in schwarz-rot-gold, sondern mit großer progressiver Pride-Flag. Seinem Untergang entgegen. Das kann sogar sein, ich glaube, das war der Satz, wo ich lachen müsste. Dass, äh, also alle ihre Landesflagge umhaben und repräsentieren und, wow, sagen wir, wir sind hier von Schweden, wow, und wir sind von Frankreich und alles. Und, ja, die Deutschen haben eben eine LGBT plus Q minus geteilt mal durch Fahne und, ja, lachen da über ihren Untergang, über ihren total lächerlichen letzten Platz, den sie schon in Deutschland seit Jahren macht. Das ist einfach alles unfassbar, naja, gut. Er ist ein bedauernswertes Opfer des Zeitgeistes, ja. So, nächster Artikel, da lesen wir auch nochmal ganz kurz rein, weil hier war auch irgendwas Lustiges, glaube ich, drinne. Sonst würde ich euch das ja jetzt nicht zeigen wollen. Ähm, immer mehr Kritik heißt der Artikel, was Deutschland die ESC-Teilnahme kostet. Beim ESC landet Deutschland auch in diesem Jahr wieder auf dem letzten Platz. Für diese Pleitenserie, was ist denn das jetzt schon wieder? Hallo? Was ist denn das? Kannst du das mal bitte wegmachen? Guckt euch das mal an. Und dafür soll ich jetzt noch extra bezahlen. Dafür, dass ich, naja, okay, Drosten, ich glaube, der war auch mal jemand, der ein bisschen mal gezweifelt hat an dem ganzen Corona-Ding. Naja, ist egal. Ey, jetzt bin ich mal gespannt, ob unter diesem Video jetzt dieser Banner kommen wird mit dem C-Thema, weil ich einmal das Wort gesagt habe. Bin ich mal gespannt. So. Also, ähm, der ESC 2023 in Liverpool endete für Lord of the Lost, übrigens, wer es nicht wusste. Also, Lord kennt man ja, das heißt Herr oder was Gehobenes, was Adliges, so ein Lord, ja. Und Lost heißt wörtlich übersetzt verloren, aber man sagt auch in der Jugend oder so, boah, der ist ja Lost, der ist ja am Ende, der ist ja am Arsch, der ist ja abgefuckt, der ist am Ende. Also, äh, hab ich schon gesagt, der ist, äh, der ist lost verloren. Und, ja, könnt ihr ja übersetzen, Lord of the Lost heißt also, das ist die, äh, ja, Lord of the Lost, also sozusagen die, man könnte sagen, die besten Verlierer eigentlich, ja. Ja, Lord of the Lost, ne, die besten der Verlierer. Aber, ja, ist ja auch, man sieht's ja auch, ja, naja, gut. Nur 18 Punkte konnten die Hamburger Rocker einheimsen und wurden letzter. Mittlerweile ist Deutschlands Niederlage beim Grand Prix aber keine Überraschung mehr. Bei sieben der acht letzten Wettbewerbe landete Deutschland auf dem vorletzten oder letzten Rang. Ja, ja, Prominente wie Gottschalk fordern öffentlich, dass Deutschland mal den Geldhahn zudrehen sollte. Sogar der frühere Teilnehmer Guido Horn schlägte eine Auszeit vor. Einfach mal pausieren und das gesparte Geld, Deutschland ist ja einer der größten Geldgeber, ist ja klar, wir geben immer gerne Geld, ja. Aber vernünftig investieren. Eine vernünftige Investition setzt nämlich auf Gewinn. Doch dies muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass Deutschland auf den ersten Platz landet. Nein, zumindest nicht aus Sicht der ARD. Warum auch? Warum auch? Wir nehmen da beim Euro-Contest teil und alle Euro-Länder wollen gewinnen und sich repräsentieren. Dass wir aber auf den ersten Platz kommen, ist nicht wichtig. Das ist doch nicht wichtig. Hallo? Ach, Quatsch. Aus Sicht der ARD. Wir lesen jetzt noch, warum. Um, fast eine halbe Million Euro zahlt Deutschland für die Startgebühr. Das steht hier aber alles noch drin. Das ist nur die Startgebühr. Die Kosten für die Produktion kosten viel mehr als die Startgebühr. Aber das ist eigentlich nicht wichtig, weil wir sehen noch, warum. Die öffentlich-rechtlichen finden das trotzdem super. Ja, Russland ist natürlich auch nicht mehr dabei, war auch mal ein großer Geldgeber. Aber naja. Ja, und wie gesagt, also ARD und ZDF finden das trotzdem super, weil eine Produktatort-Folge zum Beispiel kostet 1,5 Millionen und viele Menschen in Deutschland gucken diesen Euro-Wish-Song-Contest, ja. Und ja, deswegen ist es eben für die Öffentlich-Rechtlichen eine lohnende Sache, ne. So, das ist alles hier unwichtig, bla bla bla, die Teilnahme und die Kosten für andere Länder, bla bla bla. Hier, ESC. Der wahre Gewinner ist die ARD. Der ESC ist trotz aller Kritik immer noch ein Quotengarant in Deutschland. Fast 8 Millionen Menschen sahen sich das Finale im Ersten und auf One an. Für die ARD also ein großer Erfolg, der auch die Unterstützung des Formats erklärt. Die Reichweite und der Nutzungsgrad, bla bla bla. Ja, nachdem, und jetzt kommt das Lustige, nachdem Lord of the Lost auftrat, schalteten jedoch viele nach Untersuchung von Ad-Scannern den Fernseher ab. Das ist einfach so schön. Nachdem Lord of the Lost die Repräsentanten Deutschlands auftraten, haben viele den Fernseher ausgemacht. Man fragt sich daher, ob ohne eine deutsche Teilnahme eine Ausstrahlung des ESC in Deutschland überhaupt noch geben würde. Ja, eigentlich, hä, wieso, das macht gar keinen Sinn. Eigentlich ja schon, weil, ach so, naja, okay, wenn viele ausmachen den Fernseher, wenn Lord of the Lost aufgetreten sind, ja, okay, die könnten eventuell doch für Deutschland das Ganze gucken. Und dann war Lord of the Lost natürlich so eine krasse Enttäuschung, dass sie deswegen den Fernseher ausgemacht haben und gedacht haben, ach du Scheiße, Deutschland ist mal wieder komplett am Arsch. Ist peinlich, wir machen Fernseher aus. Okay, ja gut, dann stimmt es schon, wenn Deutschland nicht teilnehmen würde, ob das dann auch so gut laufen würde. Aber, ja, es ist einfach krass. So, also Lord of the Lost ist typisch repräsentativ für Deutschland. Einfach unglaublich, unglaublich. So, kommen wir mal zu einem absolut anderen Thema, was ich auch super spannend finde, weil es ist wirklich auch was Aktuelles, was gerade auf der Welt passiert. Ist ein vollkommen anderes Thema, habe ich auch an diesem Tag dort zufällig so, deswegen habe ich mich auch für dieses Video so entschieden, das zu machen, weil ich eben dachte, ach ja, darüber muss ich wirklich lachen. Wer das auch lustig findet, ist auf meinem Kanal auf jeden Fall richtig. Und, ja, wir lesen mal rein. Das ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Thema. Ich finde es spannend. Auch wenn ihr davon keine Ahnung habt, ist kein Problem. Denn es geht darum, die USA sind fast zahlungsunfähig. Aber ist nicht besorgniserregend. Das war schon sehr oft so. Wir lesen später noch wie oft. Die USA haben ständig kein Geld und die müssen ständig ihre Schuldenobergrenze nach oben verlegen. Wir lesen jetzt einfach mal rein. Hier kommt auch wieder was sehr Lustiges, deswegen zeige ich euch das. Noch immer gibt es keine Einigung im US-Schuldenstreit. Dabei läuft der größten Wirtschaftsnation die Zeit davon. Experten waren vor einem Worst-Case-Szenario für die Weltwirtschaft. Schon das Warten auf ein Deal dürfte die Märkte spürbar beeinflussen. Das ist natürlich lustig, weil an dem Tag, wo der Artikel hier rauskam, sind die Aktienmärkte schön nach oben gegangen. Das heißt, ja, die Angst vor einem Zahlungsausfall ist wirklich gigantisch groß. In zwei Wochen, Anfang Juni, ist dann diese Entscheidung Schuldenobergrenze. Ja, die Angst muss groß sein, wenn jetzt die Aktien steigen. Naja, egal. Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer nach dem Treffen von Joe Dement Biden und Kevin McCarthy. Der US-Präsident und der Sprecher des Repräsentantenhauses trafen sich am Dienstag, um über die Anhebung der Schuldenobergrenze zu verhandeln. Biden sei optimistisch, McCarthy ebenfalls, bla bla bla. Dass es durchaus ernster ist, als die Worte vermuten ließen, zeigten allerdings die Taten. Biden sagte weitere Staatsbesuche in Asien ab. Ja, würde ich glaube ich an seiner Stelle auch machen. Wenn man irgendwie immer das Flugzeug runterstolpert oder hochstolpert, dann ist schon die Verletzungsgefahr sehr hoch. Deswegen sollte man so eine Staatsbesuche lieber in ferne Länder absagen. Da kann viel schief gehen. Zum 1. Juni droht der größten Wirtschaftsnation der Welt die Zahlungsunfähigkeit. Jedenfalls dann, wenn bis dahin das gesetzliche Schuldenlimit nicht angehoben wird. Selbst ein temporärer Zahlungsverzug hätte verjährende Folgen für Finanzmärkte und Weltwirtschaft, warnen Experten. Ja, die Experten wissen es natürlich, die wissen ja alles. Man sieht ja, die Welt ist dank Experten in einer tollen Lage. Für eine Anhebung des Deckels braucht Präsident Biden die Zustimmung der Republikaner im Kongress. Und die stemmen sich massiv dagegen, solange ein höheres Schuldenlimit nicht mit deutlichen Einsparungen einhergeht. Ist ja auch kein Wunder, wenn also der Staat kein Geld hat und neues Geld braucht, dann natürlich nur mit einem Deal, dass man auch Geld einspart in bestimmten Stellen. Ja, Finanzministerin Jellen warnte vor einer Katastrophe. Das ist alles unwichtig. Jetzt kommt das Lustige. Eigentlich müssten wir zuerst was anderes lesen. Und zwar, was wird dann bezahlt, also wenn jetzt Geld noch reinkommt, wenn die USA zahlungsunfähig sind und dann die laufenden Staatseinnahmen noch reinkommen? Dann müsste man ja normalerweise erstmal Sachen bezahlen, wie die Staatsbeamten, die Polizei, die innere Sicherheit, zum Beispiel geht es auch um Flugsicherung, Grenzsicherung und so weiter und so fort. Und hier steht eben, andere Zahlungen von der Sozialversicherung bis zu den Gehaltschecks von Bundesbeamten und Militär würden sich erstmal verzögern. Das heißt, es stehen viele Jobs auf dem Spiel und ausgerechnet die wichtigen Staatsbeamten, die sich so ein bisschen auch für Sicherheit sorgen, die würden dann auf ihr Geld warten. Und jetzt lesen wir mal, was denn, um einen Zusammenbruch zu verhindern, erstmal ganz wichtig ist. Laut der Experten. Können die USA keine weiteren Schulden mehr aufnehmen? Müssen sie ihre Ausgaben wohl priorisieren? Was wird also mit den laufenden Einnahmen zuerst beglichen? Um einen sofortigen Zusammenbruch zu verhindern, dürfte der Staat zunächst seinen bestehenden Zinsverpflichtungen nachkommen? Versteht ihr, was ich meine? Es ist so lustig. Also nein, man muss nicht zuerst die Polizei und die Grenzsicherung und die Flugsicherung und alles so eine Sachen bezahlen. Nein, als erstes müssen die Zinsen bezahlt werden. Die USA, das steht hier später noch, die USA sind mit 31,4 Billionen Dollar verschuldet. 31 Billionen Dollar. Darauf zahlt die USA eine riesige Zinssumme jedes Jahr. Da sage ich euch noch später, wie viel ist unglaublich viel. Und ja, also damit die USA nicht gleich zusammenbricht, sollte man nicht erst Polizei, Beamte und so weiter bezahlen. Nein, man sollte zuerst die Zinsen für die Kredite bezahlen. Denn es gibt ja ein paar Reiche auf der Welt, die haben total gute Arbeit geleistet und die verleihen ja Geld und die sind total fleißig. Und die bekommen ja, wie gesagt, also die Gläubiger von den USA Schulden dort, die bekommen Zinsen jedes Jahr und zwar sehr viel. Und damit die USA nicht zusammenbricht, sollte man erst mal diese Zinsen an die Gläubiger zahlen, statt die Strafbeamten, die für innere Sicherheit und so weiter sorgen. Finde ich total sinnvoll, macht total Sinn, ja. Und ja, also es ist auf jeden Fall so, ich glaube, ich würde mich jetzt nicht 100% festlegen auf die Zahlen, aber ich glaube, das war so. Also die USA haben ungefähr Staatseinnahmen jedes Jahr von 3,6 Billionen an Steuereinnahmen und so weiter. Und davon, ihr könnt ja mal raten, wie viel Geld geht von diesen 3,6 Billionen Dollar jedes Jahr für Zinsen drauf, aktuell. Wie viel, überlegt mal, 3,6 Billionen an Einnahmen, das sind übrigens 3.600 Milliarden, wie viel davon geht an Zinsen drauf? Also jetzt könnte man denken, okay, wie viel, also 2 Milliarden und so ist natürlich völlig falsch. Also wer sowas denkt, ist ja völlig, nee. Man könnte jetzt sagen, okay, wie viel, 20 Milliarden, 50 Milliarden, 100 Milliarden, vielleicht 200 Milliarden jedes Jahr für Zinsen. Ja, also wie gesagt, da gibt es diese paar super Reichen auf der Welt, die verleihen das Geld, ja, also die Großkonzerne, die Großbanken und so weiter, die Geldsammelbecken auf der Welt, die verleihen also das Geld, die kriegen dafür Zinsen, ja. Finde ich total gerechtfertigt, weil die machen auch wirklich einen harten Job, ne, die verleihen einfach Geld, die machen einen guten Job, wirklich, also dass die dafür so viele Milliarden, also habt ihr jetzt zu Ende überlegt, also man könnte sagen, wie viel Milliarden? Die haben 3.600 Milliarden, wie viel zahlen die an Zinsen? Vielleicht sogar 100 Milliarden, 200 Milliarden, nein, es sind 600 Milliarden, 600 Milliarden Dollar bezahlen die USA jetzt jedes Jahr für Zinsen. Ich will mich nicht 100% festlegen, vielleicht waren es auch 300 Milliarden, aber ich glaube wirklich, es waren 600 Milliarden, weil ich fand es ja selber so unfassbar, die USA haben Einnahmen von 3,6 Billionen und 600 Milliarden sind 0,6 Billionen, das heißt, von 3,6 Billionen bezahlen die 0,6 Billionen an Zinsen. Für die paar, ich will kein Wort für die benutzen, so böse ist das eigentlich alles, für die Fleißigen, die das Geld verleihen und leistungslos, leistungslos Zinsen bekommen. Für nichts, für gar nichts, ja. Also wie gesagt, allein die USA zahlt im Jahr ungefähr 600 Milliarden an Zinsen. Deutschland zum Beispiel, alle Länder zahlen auf der Welt, wir sind alle verschuldet, bei wem eigentlich, wie können alle Länder verschuldet sein? Nein, gegenseitig kann man nicht verschuldet sein, weil wenn Deutschland USA Geld schuldet und USA Deutschland, dann müssten sich die Schulden ja aufheben. Also bei wem sind eigentlich alle verschuldet? Allein die USA ist mit 30 Billionen verschuldet. Deutschland mit, ich weiß es gar nicht, 2 Billionen, 2,5 Billionen waren das, ne? Wo sind wir alle verschuldet? Das sind ja dann auf die ganze Welt gerechnet. Deutschland 2,5 Billionen, USA 30 Billionen, dann sind das ja weltweit ungefähr 100 Billionen. Wo ist denn eigentlich die ganze Welt, die ganze Erde mit 100 Billionen verschuldet? Da habe ich mal ein gutes Video gemacht, da sieht man in so einem Comic-Video, müsst ihr mal gucken auf meinem Kanal, da sieht man in so einem Comic-Film, der ist so toll, wie Aliens auf den Planeten kommen und den ganzen Planeten dann unterjochen durch das Zinssystem. Ist natürlich nur Verschwörung. Ja, also die Welt ist, die ganze Welt ist ungefähr mit 100 Billionen verschuldet. Bei wem eigentlich? Und an wen zahlt man also jedes Jahr ungefähr, tja, wie hoch ist der Zinssatz? Also die USA bezahlen schon irgendwas mit einem Sechstel an Zinsen. Deutschland, ja, genau. Deutschland hat übrigens Steuereinnahmen von 800 Billionen. Äh, Entschuldigung, falsch. Deutschland hat Steuereinnahmen von 800 Milliarden. Falscher Ausdruck. 800 Milliarden im Jahr. 800 Milliarden und ein paar Zack-Betschte-Milliarden. Und von diesen 800 Milliarden bezahlt Deutschland zum Beispiel über 60 Milliarden an Zinsen. Ja, das sind fast 10 Prozent. Fast 10 Prozent der Einnahmen von Deutschland jedes Jahr gehen an Zinsen drauf. Also, an wen bezahlt also die ganze Welt? Wie gesagt, 100 Billionen habe ich mir jetzt ausgedacht. Wenn die USA alleine 30 Billionen Schulden haben, dann kann ich, glaube ich, dann denke ich mir, die ganze Welt hat 100 Billionen, oder? Oder vielleicht auch nur 50 Billionen, 60 Billionen, 70 Billionen, keine Ahnung. Auf jeden Fall bezahlen die ganze Welt, äh, auf diese Billionssumme eine Menge Zinsen. Wahrscheinlich 1, 2, 3 Billionen an Zinsen jedes Jahr. Wer bekommt diese Zinsen? Ich bin ein Verschwörungstheoretiker, ich weiß, ja, aber es ist nun mal so. Halleluja. Ja, ähm, unglaublich. Einfach unglaublich. Ja, lustig fand ich, wie gesagt, sehr diesen Satz. Wenn die USA kein Geld mehr haben, was wird mit den laufenden Einnahmen dann zuerst bezahlt, um einen Systemzusammenbruch zu verhindern? Ja gut, könnte man vielleicht schon irgendwie mit Experten erklären, ja, wir müssen ja die Zinsen bezahlen, sonst können wir auch kein neues Geld leihen. Nee, aber es ist ja dann schon zu spät. Die USA sind ja schon zahlungsunfähig. So, und was sollte man dann also mit den Steuereinnahmen, die laufend reinkommen, bezahlen? Nö, nicht die Staatsbeamten, nicht die Polizei, nicht die Grenzsicherung, nicht die Flugsicherung, blablabla. Nö, die Zinsen. Ja, komm, wir bezahlen zuerst die Zinsen, das ist am wichtigsten, damit irgendwelche Banker und so weiter, die nichts tun und nur Geld verleihen, damit die glücklich sind und weiterleben können. Kein Problem, auf unsere Kosten, kein Problem. Alles klar, machen wir. Es ist eigentlich, das könnte eigentlich Deutschland sein, aber es ist ja überall dasselbe, es ist ja nicht nur USA, ist ja auch in Deutschland so. Aber wenn man sich das hier anguckt, dann ist es auch alles kein Wunder. Ja, gut, in diesem Sinn, ihr Lieben, ich glaube, jetzt hat es geklappt mit dem Video. Ich hoffe, ich habe mich mit dem Video nicht strafbar gemacht, denn, ja, ich weiß es nicht, ich habe eigentlich probiert, Beleidigungen zu unterlassen und, ja, alles auf Fakten basiert, nicht mit Ironie hier darzulegen. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Ich glaube, ich werde demnächst auch kein Banker, sondern ich werde ein neues Bankhaus aufmachen, damit ich auch eine gute Leistung bringen kann und viel Geld verleihen kann und dafür sehr viel Geld zurückbekomme. Wobei, ich glaube, das geht natürlich nicht, denn es kann nur der eine Bank aufmachen, der auch schon reich ist. Du brauchst mindestens ein, zwei Millionen, um eine Bank aufzumachen. Gut, alles klar, dann mache ich eben doch nicht. Alles klar, gut, okay, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht werde ich ja irgendwann mit meinen spirituellen Videos auch reich. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Namaste, bleibt gesund, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.